Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Space Haven Alpha 17 und ja, wir sind hier mal wieder in einem System, wo Brocken uns um die Gegend flocken und wir nehmen hier ein Schiff auseinander, was wir am letzten Mal geentert haben, wo ein paar Aliens drin waren und ja, wir müssen weiter Forschung machen. Dann, wir, uns fehlt ein paar, ein paar Sachen, die wir nicht weitermachen können, weil da die Forschungsbank benutzt werden muss und da würde ich doch mal sagen, wir untersuchen mal direkt ein Klinikbett, weil das könnte uns gut zu Gesicht stehen. Ah, da brauchen wir Medizin für, aber gut. Oh, und wir könnten auch direkt, äh, Roboter, oh, Roboter und Findbot-Architektur und dafür kriegen wir Kryostase-Tank, das ist, es gibt ein bisschen was Neues an, äh, sich entwickelnder Alien-Kern. Okay, ich habe ein bisschen Angst, da ist auch einiges an Forschung zugekommen. Robotik, Logistik-Roboter, wer nicht schlecht, Musikbox, äh, Gegenstandshersteller. Wahrscheinlich gegen, wahrscheinlich ist ein Gegenstandshersteller eine gute Sache, weil, ach, und dann brauchen wir auch Materialien, wenn wir, äh, wir brauchen erstmal, nee, mit, äh, Gegenstandshersteller, nein, äh, Gegenstandshersteller, nein. Wir müssen in den sauren Apfel beißen, mhm, Metallraffinerie und früher oder später brauchen wir eine chemische Raffinerie, um Dünger herzustellen. Äh, ja. Dann erforschen wir das erstmal. Okay, und wir nehmen Sachen auseinander und recyceln Zeug und Wade ist verletzt. Ach Gott. Aber immerhin haben wir unsere erste, ähm, unsere erste, äh, Wachstumsgeschichte hier am Start. Und, äh, was brauchen wir? Wir bräuchten hier eigentlich noch, äh, eins, äh, eins, zwei und dann nochmal, äh, oh, eintreffendes Schiff. Wir könnten hier einfach, äh, bearbeiten und einen größer machen, dann können wir hier ein zweites Hochbeet hinstellen. Und es kommt jemand vom Kult from New Haven. Mal gucken, mit denen können wir Handel treiben. Und wir haben schon wieder ein bisschen Biomasse. Wir haben auch, äh, unedele Metalle, die wir verkaufen können, weil im Moment können wir da noch nichts draus machen. Und wir müssten Hyperium mal kaufen. Und da kommt ein, äh, da kommen ein paar dicke Dinger, die uns vielleicht verfehlen. Den kleinen kriegen wir abgeballert. Okay, das hat jetzt gerade ein bisschen Dollbums gemacht und es brennt. Aber das Feuer ist aus. Sehr gut. Einmal hier, äh, Wartung. Bitte einmal warten, bitte den, den Riss zumachen. Ja, sehr gut. Und, äh, dann kommt hier gleich, vielleicht springt das ja netterweise dahin, sodass es uns vor eintreffenden Asteroiden schützt. Das freundliche Schiff. Mal gucken. Aber wir werden auf jeden Fall Handel treiben mit den Kult from New Haven. Okay, äh, sind nicht wirklich, äh, na gut. Äh, Handel treiben möchte ich mit denen. Ich möchte ihnen Biomasse verkaufen, die wir selbst produziert haben. Juhu. Äh, ich möchte Hyperium. Und ich habe längst nicht genug Geld. Ich verkaufe ihnen alles, was ich an Metall habe. Und da kriegen wir ein Hyperium, ne. Das ist ja... Oh, wir haben aber... 52 Höhlenschrott. Dann lege ich noch ein bisschen Höhlenschrott obendrauf für ein bisschen Geld. Äh, ja. Ja. Mehr können wir uns im Moment noch nicht leisten. Ah, obwohl wir haben Elektronikteile, die wir verkaufen könnten. Äh, oh ja. Die geben auch ein bisschen. Und wir könnten noch mehr Höhlenschrott verkaufen. Und dann haben wir fast noch genug für ein Energium. Ein Energium könnte uns wahrscheinlich auch gut zu Gesicht stehen. Ja. Könnten alle Sachen immer gut gebrauchen, fürchte ich. Gerade am Anfang. Ähm. Oh Gott, da kommt noch einer. Mach keinen Schaden von Dingen, die wir nicht reparieren können. Äh. Hätte super hier hinspringen können, sodass die immer vor ihm vorballern und nicht vor uns. Ähm. Ähm. Ja. Ein wahrer Menschenfreund. Da kommt jetzt ein Kleiner an und da kommt ein... Ah, der fliegt an uns vorbei. Okay, das ist super. Das ist richtig, richtig super. Okay. Handel wird abgeschlossen. Ansonsten nehmen wir hier auf komplexe Weise das Ding da auseinander. Oh, und wir haben wieder einen Infrastrukturblock, weil wir, äh, Dinge recycelt haben, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Und wir haben sieben Höhlenblöcke. Das ist sehr gut. Äh. Einen Infrastrukturblock bloß. Wenn wir fünf haben, baue ich hier hinten ein zweites Hochbeet hin. Und dann haben wir ein bisschen mehr, äh, Nahrungsherstellung. Wir sind ja immerhin schon sechs Leute hier auf dem Schiff. Und im Moment sind wir ein bisschen mangelernährt, weil wir nicht, längst nicht genug Nahrung herstellen. Oh Gott, da kommt wieder ein großes Teil, was wir nicht kaputtgeschossen bekommen. Okay. Das hat uns jetzt zehn Schaden ge... Das ist nicht so wild. Eine Punktverteidigung kostet einfach vier Infrastrukturblöcke. Und, also, das ist... Viel einfach. Ja, wir haben Hand... Nee, Handel ist immer noch, äh, wartet immer noch drauf, dass das passiert. Aus irgendeinem Grund. Ah, oh Gott. Da hat uns wieder, aber Gott sei Dank, kein Leck oder sowas. Ja, ähm... Schilde wären richtig super. Äh, Mikroriss. Wo haben wir einen Mikroriss? Ach, der wird da gerade schon wieder repariert. Sehr gut. Das macht mich alles so ein bisschen fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Da wird was rüber transportiert und wir kriegen unseren... Äh, wir kriegen unser Hyperium und unser Energium geliefert. Ganz wundervoll. Hier liegen ein paar Alien-Leichen und ein paar menschliche Leichen. Äh, es wird Zeit, dass wir einen Komposter bekommen. Aber bei der Forschung, da sind wir noch, äh, ein kleines Stück entfernt von, würde ich jetzt einfach mal sagen. Bin schon froh, dass wir unsere, ähm, äh, unser Hochbeet gebaut haben. Und jetzt sind wir schon bei drei Infrastrukturblöcken. Es wird gut recycelt hier unten. Das freut mich. Wenn wir fünf haben, baue ich das nächste Hochbeet. Es muss doch auch... Da sollte auch noch einiges an Infrastrukturschrott reinkommen. Ja, und ich glaube, ähm, es ist, auch wenn wir keine Schilde haben, es ist möglich, dass wir, äh, hier jetzt einfach mal eine Timelapse machen. Ich mache mal diese Ansicht, dann sehen wir, wie das Wrack sich reduziert und was hier unten passiert. Also, kleine Timelapse. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Oder was heißt, da bin ich auch schon wieder. Da sind wir durch mit dem Schiff auseinanderbauen. Und tatsächlich geht das. Also, einige dicke Dinge haben hier auch eingeschlagen. Aber, äh, ja, wir sind jetzt fertig und es wird höchste Zeit, dass wir aus diesem gottverdammten Sektor rausspringen. Aber ich denke, wir werden überall, ähm, äh, überall Asteroiden antreffen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Wir laden jetzt unsere Antriebe auf. Und, äh, und wir haben auch genug Infrastrukturblöcke für ein weiteres Hochbeet, sodass wir ein bisschen mehr Nahrung produzieren können. Aber wir brauchen auch Energium auf jeden Fall. Ich habe gesehen, wir sind ganz schön, äh, wir sind ganz schön low gelaufen, was unsere Energieerzeugung angeht. Und, ja, ähm, gut. Hier zeigt er auch, weiß nicht, ist das ein Zeichen, dass wir wenig Energie haben. Hier unten ist Energium. Äh, in dieses, äh, in diesen Sektor mit, äh, der netten Basis der Zivilisten können wir direkt mal reinspringen. Und, äh, hoffentlich uns ein klein wenig schützen vor denen. Aber ich glaube, das wird, aus welcher Richtung kommen die Asteroiden? So, hier holen wir uns mal ein bisschen, äh, Energium. Und die fliegen in dieser Richtung. Okay, der wird uns nicht treffen. Das ist schon mal schön. Und hier haben wir, äh, Handel. Wir haben auf jeden Fall ein Sklavenhändler-Haltband, was wir nicht haben wollen. Wir haben sieben Biomasse, die ihr haben könnt. Ähm, wir haben... Wir haben Chemie-Rohstoffe. Äh, und wir haben Energiezellen. Ihr könnt eine Energiezelle haben. Und auf jeden Fall ein Optronik-Bauteil. Äh, und das war's. Wir brauchen Energium. Und zwar nicht zu knapp, weil wir haben nur noch sieben. Äh, damit machen wir Energie. Und brauchen wir sonst noch was? Ja, ich würde gerne Essen kaufen, aber, äh, geht irgendwie nicht. So, nächster Handel. Äh, wir haben 15 Weichblöcke. Äh, da will ich jetzt noch keine von verkaufen. Aber Energiestäbe brauchen wir im Moment nicht. Davon würde ich welche verkaufen. Und, äh, ja, hier. Chemie-Rohstoff können wir im Moment nicht umsetzen. Das ist super viel Geld wert. Das heißt, den hauen wir raus. Und kaufen dafür... Achso, Energiestäbe sollten wir nicht verkaufen, weil die haben Energiestäbe. Wir kaufen noch mal ein Energium dafür. Jawohl. Und eine neue Mission ist verfügbar. Was haben wir denn an Missionen? Eine Fracht liefern. Ja, wir haben keine, äh, wir haben nicht eine Frachtaufnahme. Wir machen den Handel. Gefahr von Nervenzusammenbrüchen. Sadie, was ist los? Sadie, Status, nee, Zustand. Keine Deko ist traurig. Chronische Verletzungen. Keine, äh, keine Unterhaltung. Leichtes Unbehagen. Arbeiten verspürt leichten Hunger. Ist wach. Keine Deko. Deko können, keine Deko können wir was gegen tun. Wir haben Deko. Die kosten alle nur, äh, sowas hier, äh, da können wir doch mal hier hinten knallen wir mal sowas hin. Dann Zierpflanzen hier in den Flur. Machen wir mal sowas hin. Und hier neben das Klo kann ein bisschen, äh, Grünzeug hin. Jawohl. Und, äh, wo laufen sie denn sonst noch rum? Ah, hier neben die Forschungsstation kann ein bisschen Deko. Dann haben wir das mit der Deko ein bisschen adressiert. Und hoffentlich, äh, ist das dann ein klein bisschen besser. So, und hier sind wenig. Wenn ich jetzt einfach mal schnell, hier sind, da fliegt so ein Dicker. Aber ansonsten nicht so viele. Das ist ganz wundervoll, dass es nicht so viele sind. Wir bauen hier einfach mal, äh, Rohstoffe ab. Bisschen Energium haben wir auch so durch Abbau und nicht nur durch Handel bekommen. Das ist super. Jetzt wird uns auch noch mehr geliefert. Wir haben einiges verkauft. Und dann kann auch der Recycler ein bisschen laufen. Oh, und wir haben, äh, wir haben Infrastrukturblöcke. Ich will ein Hochbeet bauen. Ein weiteres. Jawohl. Baut das mal, bitte. Dann können wir hier auch unsere Botanik-Skills. Äh, wer hat denn hier Botanik-Skills? Botanik 1. Ja, okay. Sedi, Botanik 2. Aha. Äh. Trident ist Botanik 4. Aufsteigend. Äh, gar keine Botanik. Blue ist Botanik 3. Und William ist Botanik 1. Ich würde mal sagen, Trident, alle anderen Prioritäten. Trident ist Botanik ganz hoch. Alle anderen, äh, machen keine Botanik, weil Trident muss aufleveln, quasi. Das heißt, der ist der Einzige, der seine Botanik-Skills anwendet und, äh, so quasi schnell in Level aufsteigt. Und sobald wir, äh, quasi Level 5 sind, können wir, ähm, können wir Nüsse und Samen anbauen. Und, äh, ja, das ist dann ein wirklich wichtiger Schritt und dann sind wir lang, kommen wir langsam in die Richtung, dass wir uns sehr, sehr gut selbst versorgen können. Genau, ein bisschen Kohle haben wir auch. Das ist ganz schön. Jetzt baut doch mal hier. Achso, es wird noch, äh, es wird noch Logistik, äh, gemacht. Die Leute machen noch Pause. Ja, Entschuldigung. Natürlich. Ja. Nervenzusammenbruch, Saddy, äh, okay. Was macht sie? Äh, bitte kloppt nicht wichtige Dinge kaputt. Saddy hat einfach einen Nervenzusammenbruch, okay. Äh, Saddy, mach mal. Pause, aber das hilft, glaube ich, nicht, ne? Ne. So, Handel ist abgeschlossen. Ressourcen sind noch nicht ganz komplett, äh, eingeholt. Okay, Saddy setzt sich erstmal hin und isst was. Gut, geht auf Klo. Hoffe, dann geht's jetzt auch gleich mit dem... Oh Mann, ey, hier fliegt trotzdem was roh durch die Gegend. So, wer ist denn jetzt hier? Bauen. Wait. Mach mal Bauen, bitte. Und dann können wir hier mehr Arbeit für Trident anpflanzen. Und wenn der Level 5 ist, dann können wir auch Nüsschen anpflanzen. Das ist großartig. Also, Früchte anpflanzen, anpflanzen. Und Wurzel, Gemüse anpflanzen, anpflanzen, anpflanzen. Sehr gut. Gut, äh, düdel-dü. Kommen wenig Asteroiden. Das ist sehr, sehr schön. Wir müssen hier... Da ist noch... Ah, das Energium haben wir noch gar nicht abgebaut. Das, äh, 10 ist vom Handel, den wir getrieben haben. Und hier unten bauen wir Kohlenstoff ab. Das ist natürlich cool, weil Kohlenstoff können wir hier gebrauchen für einen CO2-Erzeuger. Muss mal gerade gucken. Der ist bei Nahrung. Der braucht auch... Ach, der braucht auch einen Tech-Block. Naja, solange die Beete noch nicht darum betteln, dass sie mehr CO2 gerne hätten, dann ist, glaube ich, alles okay. Solange müssen wir den auch noch nicht bauen. Äh, oh, trifft der? Der verfehlt uns knapp. Ach, Gott sei Dank. Das ist ja ein dickes Ding gewesen. Meine Fresse. Diese ständigen... Ja, ich muss, glaube ich, Blöcke sparen, damit wir eine zweite Punktverteidigung machen können. Das ist ja, äh... Ja. Ich habe hier doch schon ein bisschen grün gemacht. Aber Sadis... Neue Mission verfügbar. Wahrscheinlich auch wieder... Fracht liefern, ja. Ja, und wir haben jetzt zwei Hochbeete. Und Trident sollte mal... Äh, Trident, du hast ausgeschlafen. Du solltest jetzt einfach mal künstlich wach sein und hier ein bisschen rumgärtnern. Und, äh... Etwas dafür tun, dass deine... So leicht es mir tut. Fertigkeiten, dass deine Botanik hochgeht. Du bist auf 4 und sobald du auf 5 bist, kannst du auch Nüsse und Wurzeln anbauen. Und ich glaube, das ist, äh... Ja, das ist mega. Wurzel, Gemüse und Stahlplatten reichen im Moment nicht aus. Ja, okay. Äh... So, wir haben alles, was wir wollten, eingesammelt. Wir haben alle, äh... Einen Handel getrieben, den wir mit denen hier wollten. Dann würde ich sagen, wir springen jetzt wieder. Und in diesem Subsystem haben wir, glaube ich, alles gemacht. Wir springen ins nächste Cluster. Wir gehen zu der Hyperspur des Sonnensystemclusters. Die ist hier unten. Hui! Ach so, nee, das ist noch ein Subsystem. Und die nächste Hyperspur wäre hier. Ja, alles klar. Okay, dann gucken wir uns mal hier um. Hier wären Handelsstationen. Aber ich will eigentlich verlassene Schiffe finden, die ich auseinandernehmen kann. Oder irgendwelche Ressourcen, die ich ernten kann. Äh... Noch 5 Sprünge. Aber so wie es aussieht, sind hier nur Stationen. Dann gehen wir mal hier unten in den anderen Sektor. Ähm... 4. Da oben. Ach, da oben wäre eins gewesen. Wir haben noch 2 Sprünge. Hoffentlich ist eins von denen hier... Oh, hallo. Ja, da ist... Da sind... Äh... Da ist eine Basis und ein Raumschiff, was wir auseinandernehmen können. Das ist ja ganz hervorragend. Äh... Eine Basis und ein Raumschiff, was wir sogar in Besitz nehmen könnten. Aber dafür ist es, glaube ich, ein bisschen früh, dass wir irgendwas in Besitz nehmen. Und das hier ist eine Basis, die wir theoretisch betreten könnten. Und da ist jemand, mit dem wir sprechen können. Oh, das werden wir auf jeden Fall machen. Hier haben wir, äh... Hyperium. Das ist großartig. Wir haben nämlich noch 3 Hyperium. Ähm... Hier sieht es so aus, als ob hier viele Asteroiden durchkommen. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Äh... Wir machen erstmal Handel treiben. Wir haben nämlich wieder Biomasse, die wir euch verticken. Wir haben einen Schaltkreis, den wir loswerden können. Wir könnten so 4 Kohlenstoff verkaufen. Ansonsten möchte ich nichts. Habe ich nichts, was ich verkaufen möchte. Und ich glaube, ich kaufe dafür ein Energium. Jawohl. Und... Äh... Ja, Saddy ist so ein bisschen fettig mit Nerven. Aber ich glaube, ich mache jetzt direkt einmal Direktbefehl für mein Away-Team und alle einmal einsteigen. Und dann machen wir mal hier Sachen abernten, während ich die anderen unter Direktbefehl habe. Und dann gucken wir uns an, was in diesem Raumschiff ist. Ich will das nicht in Besitz nehmen, sondern ich will das ausräubern. So. Sehr schön. Dann docken wir mal da an. Tülülülü. Einmal darüber. So. Und dann gucken wir mal. Hoffentlich keine... Hoffentlich keine Roboter. Hoffentlich keine Roboter. Na okay. Mit Robotern kommen wir doch klar. Wir kommen mit Robotern klar. Wenn es nicht zu viele sind. Wir haben bisher immer nur diese Hamster-Roboter gesehen. Ja, es sind Roboter. Oh Mann, ey. Alle einmal hinknien. Keine Ahnung, ob das was... ob das tatsächlich etwas bringt. Ähm... Alle einmal da hinten hin. Danke, dass Courtney nicht so direkt in der Schusslinie ist und wir ein bisschen Abstand haben. Genau. Alle einmal direkt. Jawohl, das hat... Die explodieren und bleiben in einem Haufen stehen. Sehr gut. Alle einmal hier auf den Roboter in der Tür ballern, bitte. Einmal den Ort wechseln und der wechselt nämlich auch den Ort und wir schießen jetzt auf den Roboter. Alter Schwede. So, ist hier noch einer? Nein, das war's. Okay. Sehr schön. Dann dieses hier nicht in Besitz nehmen, sondern zurücklassen und jetzt können wir dieses Schiff auseinandernehmen. Da ist leider nichts drin, aber wir können es auseinandernehmen. Wir hätten das jetzt als kleines Beiboot quasi in Besitz nehmen lassen können, aber wir haben keine Möglichkeit, irgendwelche Sachen herzustellen. Also keine Blöcke, die wir herstellen können. Wir nehmen es jetzt einfach nur auseinander. Wir sammeln jetzt hier in diesem System Ressourcen und da hätten wir Michael, eine Person, mit der wir wahrscheinlich sprechen können und wahrscheinlich würde es Sinn machen, die anzuheuern. Wir haben Hühlenschrott. Wir haben 15 Hüllenblöcke. Wir könnten Hüllenblöcke verkaufen. Ich gucke mal, weil wenn das so eine Person ist, die man anheuern kann, dann, okay, wir verkaufen mal fünf Hüllenblöcke und die restlichen vier Kohlenstoff. Wir werden noch mal an Kohlenstoff. Naja, komm, wir behalten zwei Kohlenstoff und dafür die Energiestäbe und einen Hühlenschrott. Dann kriegen wir 800 dafür. Manchmal braucht man 1000, manchmal braucht man 2000. So war es auf jeden Fall in Alpha 16, wenn man so einen Typ hier hat, den man ansprechen kann. Ja, wir machen mal ein bisschen schneller, dass wir den Handel abgeschlossen kriegen. Wir haben ein Klinikbett erforscht. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Klinikbett ist erforscht. Dann kommt jetzt als nächstes Metallraffinerie und chemische Raffinerie. Aber das hilft uns. Ja, chemische Raffinerie hilft uns weiter. Treibstoffraffinerie brauchen wir als erstes. Wir brauchen erst mal Treibstoffraffinerie und dann brauchen wir nicht Hyperantrieb, sondern Stromspeicherknoten und dann X1 Stromgenerator. Genau. Stromspeicherknoten davor noch und dann X1 Stromgenerator forschen, Stromgenerator nach der Treibstoffraffinerie. in dieser Reihenfolge bitte. So und Courtney ist doch jetzt eigentlich mal frei und könnte hier reingehen. Haben wir schon die Achso, nee. Komm da mal raus. Direktbefehl aus. Wir müssen erst noch darauf warten, dass die Handel abgeschlossen werden. Ich will nämlich erst das Geld. Oh Mann, da hat uns aber einer Derbe. Oh nein, da verkümmert unser Okay, Sadie macht das. Oh Gott, Scheiße. Ein Treffer an der richtigen Stelle und schon ist unsere ganze Nahrungsmittelherstellung einmal verkümmert. Das gibt's noch nicht. Okay, das ist natürlich eine riesige, ein riesiges Problem. Schlechte Temperatur. Wir brauchen auf jeden Fall einen Temperaturregulator da drin, Lebenserhaltung. Ja, wir brauchen den an dieser Innenwand, nicht an der Außenwand, falls er da getroffen wird. Da wird er schlechter getroffen. Scheiße. Ja, bau mal neu an, bitte. Oh Mann, ey. Thryden. Zuweisen. Wo bist du? Thryden. Einmal zuweisen. Mach mal Botanik weiter. Achso, du hast gerade, äh, du hast gerade Pause. ja, einen Bau mal noch an, dass er ein bisschen über Nacht wachsen kann. So, Scheiße. Oh Mann, und da kommen noch mehr, aber bitte nicht unsere Nahrungsherstellung treffen. Ne, trifft er den unsere Schlafquartiere. Super, aber Gott sei Dank kein, kein, kein Leck. Ach. Aber Handel ist abgeschlossen, wir haben 1000 Credits. Äh, wer ist denn hier gerade unterwegs? Achso, Blue und William sind in Kapseln beziehungsweise im Shuttle unterwegs, okay. Ähm, dann würde ich mal sagen, Courtney. Achso, unser Shuttle ist nicht da. Ja, leg dich wieder hin, Entschuldigung. So, da ist unser Shuttle, weil es baut ja natürlich immer noch Sachen aus dem, äh, es werden hier immer noch Sachen aus dem, äh, Dings auseinander gebaut. Ja, aber jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir die Gelegenheit. Courtney, Direktbefehl, einmal einsteigen, so, und wir fliegen einmal rüber zur Basis, weil wenn die so, äh, sichtbar ist, dann können wir hier, ähm, dann können wir hier reingehen und du könntest mal vielleicht auch, ähm, die Waffe wegstecken, genau. Und da haben wir nämlich einen Typ, mit dem wir sprechen können und das sind häufig die Leute, die wir abwerben können und Teil unserer Crew werden lassen können. Gut, im Moment haben wir überhaupt nichts zu essen. Das ist so ein bisschen blöd, aber wir können mal mit Michael sprechen. In der Ecke des Raumes entdeckst du eine interessante Person. Hallo Weltraumreisender, ich sehe dich hier zum ersten Mal. Stell dich vor und unterhaltet euch eine ganze Weile und Michael, Michael sagt und deshalb sind sie immer, sind sie mir immer noch auf den Fersen. Eine wirklich spannende Geschichte würde ich gerne meiner Besatzung anschließen. Er ist Wissenschaftler und Nyctophil, das heißt kein Licht macht ihm nichts aus, Bauen, Fertigung, Botanik, Medizin, Forschung, Waffen nur eins, aber kann einiges im Schiff übernehmen. Botanik auch potenziell hoch, Medizin und Forschung hoch, das ist und Bauen, Rohstoffabbau ist nicht so schlimm. Wir haben eine weitere helfende Hand. Ja, eine wirklich spannende Geschichte, würde es sich gerne meiner Besatzung anschließen. Deine Creds reichen nicht aus. 3000 Das ist mir zu teuer, vielleicht ein andern Mal. Ja, das ist mir echt zu teuer, schade. Die Credits habe ich nicht. So, dann machen wir, dann ziehen wir uns zurück. Ich dachte, wenn es 1000 sind, dann können wir das mal machen. Ein neues Besatzungsmitglied geht immer, aber nö, das ist mir zu teuer. Wir haben Handel getrieben, wir bauen gerade noch Ressourcen ab. Hier ist sehr, sehr viel Hyperium, was wir dringend brauchen. Dann würde ich mal sagen, kleinen Timelapse. Hyperium und Wrack auseinander bauen. Bis gleich. So, und da kommen wir aus der Timelapse etwas früher raus, weil es ist ein Schiff eingetroffen, die wir ja mal anfunken können, wo wir gucken können, ob wir mit denen Handel treiben können. Wir haben doch bestimmt wieder Zeug, was, nee, wir haben keine Biomasse produziert, weil uns alles weggestorben ist. Speaking of, okay, das wurde alles wieder angepflanzt, gut. Neuer Handel, was können wir ihnen verkaufen? Wir könnten ihnen Wasser verkaufen, das will ich aber nicht. Schrottteile, Energieschrott, möchte ich einen auch nicht verkaufen, weil da haben wir eine Chance, dass Energium rauskommt. Haben die etwas, was wir wollen? Ja, alles, was die haben, will ich eigentlich, besonders die Nahrung, aber haben die Missionen, keine Missionen verfügbar? Okay, wir machen weiter mit Timelapse. Okay, und da bin ich wieder. Jetzt haben wir alle Ressourcen abgebaut, die ich haben wollte, da unten ist ein Schiff reingesprungen, das ist gut, die treiben Handel, da gucken wir jetzt aber nicht drauf, ich habe eh noch nichts wirklich zum Handeln, wir laden jetzt unsere Sachen auf und fliegen in den nächsten Sektor um Dinge. Okay, wir sind das Androiden Kollektiv ruft uns an, dann gehen wir mal erst ans Telefon. Seid gegrüßt, verhältst du ein paar Ressourcen knapp geworden, wer ist bereit uns zu helfen? Sie wollen drei Hüllenblöcke, sie geben uns dafür 862 Credits und plus zwei Verhältnis. Ja, wir verkaufen ihnen Hüllenblöcke, wir haben nämlich relativ viel Hüllenschrott und also wenn wir uns das mal angucken, ja, neun, also so viel nicht, aber die Credits können wir gut gebrauchen, um uns andere Blöcke zu kaufen und vielleicht auch mal ein Crewmitglied. Wir springen jetzt hier raus und gucken uns an, was hier noch so rumflackt. Hier hätten wir ein verlassenes Schiff. Hier haben wir schöne Ressourcen, die wir mal zügig einsammeln. Leider kein verlassenes Schiff, aber so ist das. Ja, ordnen wir uns hier mal in der Mitte an, stationieren und hier vermute ich doch schon, dass da uns einige Asteroiden um die Ohren fliegen. Wir nehmen jetzt diese ganzen Sachen auseinander und ich gucke mal, wir machen mal schnell. Ja, okay, da kommen ein paar ran, aber das ist jetzt kein guter Indikator, wie viele Asteroiden mit wie vielen wir es zu tun haben. Ja, aber auf jeden Fall Themen werden wir jetzt einfach die Sachen, die rumfliegen, weiter ausbeuten und das war es jetzt erstmal mit Folge 4. Ich danke euch herzlich fürs Zusehen, wenn ihr mögt, lasst ein Like da, schreibt gerne einen Kommentar, wie euch das gefällt, die Art und Weise, wie ich hier Videos mache für Spacehaven Alpha 17. Würde mich sehr über das Feedback freuen. Erwägt auch den Kanal zu abonnieren, aber selbst wenn er das alles nicht tut, würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich wünsche euch allen einen zauberhaften Tag. Tschüss!